Die nächste Frage hat Herr Reitschuster. Dann die Frage ans Gesundheitsministerium kommt auch von Boris Reitschuster. Er schreibt unter Berufung auf einen wohl aus der Leopoldina ausgetretenen Professor, der davon ausgeht, dass viel mehr Menschen gegen Corona immun sind als angenommen und fragt, welche offiziellen Daten gibt es dazu. Die Daten finden Sie auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts. Dann sei darauf verwiesen. Nächste Frage hat Herr Reitschuster.